ist nicht auch smart ja ist auch smart ich mein wir können es ja nicht machen alter wer hat die map reingezogen wir hatten die erst dreimal ja äh leute ich hab'n scheißchlüssel dabei leute leute ich soll was von shiny fragen ob ihr doch paladins habt ok haben sie alle deinstalliert so wie ich auch einmal reingucken fertig ich weiß die erste wurde schlecht jetzt rasieren wir so richtig ja ich hab letzte woche habe ich so cast marathon gemacht also die drei filme gehalten ja also ich habe das letzte woche gemacht und ich muss sagen der erste teil ist immer noch der beste die anderen werden immer schlechter ich finde mal die trilogie geguckt doch gar nicht sehr gut ich habe den zweiten gesehen es ist der fall stelle auch hier ist der falle sehr gut trappi kann krassen ach die map ist das es ist verdämmt schicken und dann nicht wissen welche map welche das ist das ist ein classic sven hier ich mag die map hallo hallo sven na wie geht's wo bist du bin direkt vor dir oder ist das janik ich kann es von weit nicht sehen ich bin am kleinen häuschen trapper tony wo bist du trapper tony sag wo bist du trapper tony ich hab dein zu ja trapper tony der kann nichts das war der erste oh der läuft ja ich hab trappi gesehen oder hab ich auch gesehen hab ich nicht gesehen hi david trappi ist blind er kann nichts was geht ab wenn ihr abgeschmiert sagst du trappi geht ab trappi ist lutscher der hat kein schuh mehr mhm hat einmal daneben geschlagen weil er nichts kann ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht erfolge ihn 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 dann ist pc wenigstens kein ko kriterium ah ok hallo 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 oh nice da wird der Schlaggetink ach da oben seid ihr hi kacke Svenny hi mich ich kann das hier ah ja hier gut hey er spielt scheiße uh der wird hochgehoben der wird gleich neben uns auf ja ich halte ihm schnell ach man der sieht uns nicht bei der treppe oder also rune hat er nicht dabei weil er kennt das kann man normalerweise nicht wenn man eine rune dabei hat ist das ein kämpferkiller oder was ist das hier ne ne der platziert noch seine fallen ne der hat nur eine volle aufgeregt also der hat noch keine platziert der hat noch keine platziert hallo 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 ne ne das war mir schon am kühler ne ne das war mir schon am kühler ne ne das war mir schon am kühler warte mal wir hätten uns rein können hier ja und wir sind recht um das kühler zu können ja und wir sind recht um das kühler zu können ja ich bin zur treppe gerannt da kann er nicht in natürlich Sven wir kommen ja gerade da ist meine treppe ich bin unten in der hütte ich bin raus ich bin rechts beim ausgang du darfst nie ein Sven in der nähe sein du musst immer weit weg wie es geht von Sven ich hab gut hingehalten oder na geht holst du ihn runter ja nicht oder soll ich äh kann ich machen der random versuch ist auch wenn nicht weiter der trapper toni ist links von mir aus gesehen bei dem bagger oder was es sein soll also rechts von uns aus ja der random hängt genau random hängt mich ab na ich habe nen gen gemacht Sven komm her ok Kinder kommt Janik mal rein Sven ja der Bro macht das huuu der Tunnel er trifft mich nicht Janik kommst du da raus ne was belasten naja jeder will dich hängt jeder will dich hängt der geht jetzt zum random glaube ich oh Janik hängt ok dann komm her ja ja ok ähm Janik hängt ne ja wo hängt Janik da gut na da vorne ja ich bin auf dem weg zu dir hat er irgendwie fallen platziert kann ich nicht sagen ich hab ihn abgelenkt ich hab ihn abgelenkt ich hab ihn kurz abgelenkt ja komm zu mir er hat verfolgt mich wo bist du gegangen wo bist du gegangen könnte ich verloren haha Sven kann ich abgelenkt hier ist einfach vorbei gerade wird mich an achter naja was war ich hatte so 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 jetzt halte ich eben stell hoch und dann easy ja ich bin am boden also ich hänge jetzt zum ersten mal scheinlich fragt ob wir mit meinem bestoff von unseren ausraster machen könnten genug material hätten wir ja du Sven du hast Zeit ja ich hab Zeit mhm ja du ich mach alles anders auf YouTube ich weiß ich weiß was hast du zuerst also hast ja auch noch 3 Videos naja ich hab ihn noch ja ok ich will fahren ja ok dann rennt du oh ich bin tot ich Keller 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 ich rei mich kurz selber hoch ich rei mich kurz selber hoch ich rei mich jetzt kurz selber hoch wickel fast fertig fast fertig fast fertig fast fertig ich war fast fertig ich weiß ja genau jo dacke es war Trapper White Wolf Trapper White Wolf Trappi ja mir egal hey Trappi was willst du der kommt der kommt der kommt der kommt by the way Yannick ja du wirst glauben aber bei du fahrt mich ab ja genau du Hund ey halt so Junge warum fahrt man denn ab ich weiß es nicht Solospieler die halt nur Punkte sammeln wollen Janik wenn man bitte stehen ok ok ein Gany noch wo bist du Janik am Haus am Haus hä am Haus nee nee das ist Trappi nein jetzt bin ich bei einem verdient Gany in der Ecke oh ja das hilft nicht ok komm mal wo kriegst du mich denn auf Trappi nie das ist da bin ich da das 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 wovon wir geredet haben in Hand ne ja zwecks neue Map ss.com ss.com ritte Map.com hoffentlich ist das nicht so wie Kasten Maps äh nee nee das verschieben sie ja nee das kommt jetzt am Ende des events scheinbar äh äh Florian äh Florian wie heißt er hier ähm Siegesmund ja äh der hat äh äh auf BW er durfte auf BW schon testen ja Fabian Fabian ja ich bin tot ich bin tot mein Stütz liegt dann an meiner Leiche David nein doch ich kann es nicht ganz einfach nicht mit zwei Dingern äh äh das Problem ist ich muss dann PS Plus kaufen was und verschiebt teuer ist es geht eigentlich also im Vergleich mit PS Plus gar nicht so teuer weil du kriegst ja jeden Monat ein paar kostenloses Spiele die du haben kannst und manchmal sind auch richtig gute Spiele bei ich bin am einen Ausgang wo der Bagger ist also geht schlimmer finde ich ja du bist genau auf der anderen Seite und fasst das belasten ja weil wenn du den Schlüssel und die Luke bekommst das werkt ja hm ich wollte erst mal das eine bekommen äh Schlüssel wenn es jetzt nicht der random hat das läuft ich glaub die hat gesehen ja die hat den Schlüssel du ok ne ne du hast ne das ist das ist ihr Schlüssel ne ich hatte ich hatte ein rosa oh doch aber mit dem kommst du auch raus also von dem her ist klar ja blöd also entweder sie oder du ich sag ich sag den Luke ist im Haus ich sag den Luke ist im Haus hm ich sag den Luke ist im Haus der da fällt doch dann noch raus rechts von dir rechts von dir die ist meistens irgendwo hier rechts hm 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 ne ist das doch nicht hm ich guck mal nach oben einfach nur für die Aussicht das von oben siehst links von dir ist ne äh kannst du nichts sehen ne aber siehst da Teddy komm da 60 Euro PS ein Jahr 20 Euro Nintendo auf Lebenszeit kostenlos PC wenn du langsam rausspringst nicht äh wenn du mit Sprint rausspringst ja aber wenn du ganz langsam machst dann du aber du musst es so sehen Nintendo hat aber auch nicht viele krasse Spiele naja jetzt könntest du viel redig noch abwarten bei Nintendo ist es halt einfach so die kaufst du dir weil du wirklich nur für Nintendo only Spiele haben willst zum Beispiel Mario oder Pokemon und zum Beispiel Nintendo diese Mitgliedschaft brauchst du eigentlich fast gar nicht alles gegeben und PSG Plus finde ich an sich besser als die hier Nintendo Plus ich zeig jetzt mal Nintendo Plus Nintendo Mitgliedschafter weißt du was ich mag ich kann das immer es zu rheine auch core ich kann sause ich kann das eher da bis ist so Er ist direkt hinter dir. Ich höre die Luke. Ja, ich höre die Luke auch. Nein, Gott. Ja, muss er erst so zumachen. Oh, Ehre. Oh, mein Gott. Ehre, Alter. Gut, dass ich Adrenalin habe. Ja. Kannst du noch mal aufmachen, oder? Jawohl, Jani! Wie geil! Wie geil ist das denn? Warte? GG. Geil. Also, das ist nicht unbedingt toll. Aber ich habe einfach so eine Verspielerin gehauen, die es interessiert. Zum Beispiel Lego. Das ist ja der Rahmen, weil der halt auch Lego spielt. Ja. Also, diese Lego-Games, Lego City. Ja, Lego City, Legos zuhause und sowas alles. Ja, genau. Wir haben ja, und deswegen, das habe ich jetzt erstmal gemacht. Und... Hoden fehlt! Der Hoden fehlt! Was? Der Hoden fehlt. Der Hoden fehlt. Der Hoden fehlt. Der Hoden ist nicht da, da hast du recht. Ich mach den Eimann, kennt ihr. Der war im Random. Das ist die Jägerin. Oha! Oh ne, die ist bei mir. Die ist bei mir, glaube ich. Aber die hat immerhin nicht ihr Lead dabei, ne? Sonst ist das nur ein bisschen Dauerabend so. es ist auch die weiß dass ich hier bin bitte nicht bitte nicht die hat an die hat an die wusste dass ich bei den gun bin ja Sven wenn man daneben steht dann hört man das ich habe die setze die treppe hochlaufen war schon wieder fast fertig gewesen warum sind die haken immer so nah dran das ist frech er werden neue regeln kommst dann kommst du mal raus nachbarhäuschen ich denke ab daneben ich finde was spiel angeht wird nintendo sehr oft und recht getan ich habe seit meiner kindheit mit nintendo zu tun und einige spiele dort besser als bei ps ich habe auch generell sehr viele gute erinnerungen mit nintendo ja du meine kindheit habe ich auch sehr viel mit nirgendwie geliebt der wiegen lied und hat auch krasse spiele die auch zu aber aktuell finde ich den tendo hat ziemlich nachgelassen also schlacht auf jeden fall ich finde in meiner kindheit über die spiele waren die spiele von den tendern tausend mal geiler last als die aktuell sind ich habe mich im bus hingestellt das sieht man normalerweise für die aktuell spiele von nintendo einfach hier so geil wie in meiner kindheit aber ich müsste nicht holen aber ich habe drei zusätze ich glaube jetzt gesehen weil sich gesehen ich denke ab weil es wenn liegen schon wenn du musst dann abhängen die jagt mich du es ablenken wenn ich nicht hinterher was sollte machen anrufen ja ich habe sechs mal ich bin schon wieder in der kasse sind zwei stunden das okay 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 was macht ihr okay immerhin wiegen lieb oder weil wenig nintendo direct ich finde es halt interessant was halt so für spiele auskommt allgemein halt ich habe mir auch die anderen geguckt zu die blizzard haben wir mit dem nächsten wo den nachrichten steht hier amazon kauft also gibt es viel was wir gucken was das ist ja nicht so so hat die markt der trocken ist den genfer stelle ist hallo wenn du den genen nicht verkackt hast von tot der jose mochi nicht sterben mein gen ist gleich fertig haben wir schon mal drei mario meck habe ich immer gesagt muss ich gucken weil ich mich interessieren tut mich das spiel nicht so und ich habe die zeit weil ich von hinten kommt solche in die arme laufen oder was du hast einfach ins haus rein du hast doch gesehen dass ich da reingelaufen bin hat geschmiert du weißt du bist noch einfach in die gleiche richtung gerannt ich hab dich nicht mehr gesehen aber mir gibt es die schuld natürlich ja natürlich ja tschüss leute bei schön abend ja der ente tut es lieb dich wirst du jetzt tot Sven? ne ich lebe noch wirst du jetzt am gen Sven? ja soll ich dich heilen Sven? der ente tut es kannst du machen der ente tut es fickt eigentlich AHHHHH die alte hat mich zerstört der ente tut es mach ich lieb dich ähm ah da kann man sich ja schön aufregen und die hölle durchgeben ähh aber gute perks ich habe sogar den perk drin dass ich schneller wickeln kann und es bringt mir einfach gar nichts ja du hast was für sorge drin ich würde mir mehr Gedanken über deine perks machen äh selbstfürsorge habe ich dafür rausgenommen weißt du also schmutz für schmutz ja ich vergucken ob es gut ist aber ne hast du nicht gesagt du hast doch schon so diese schnelle Wege und so drin haben ja aber da war es doch nicht auch hier stufe 3 weißt du ich dachte stufe 3 ist jetzt krass aber kann vergessen ja das kann man was mein lebt noch ja ich hab ich bin schon am lokal suchen haha okay ich hab ich einfach abfarmen okay lass hinter dir ok wende nein nicht abfarmen oh nee jetzt hör doch auf natürlich man das ist dumm jetzt du hast mir voll richtig vor mir lokal suchen hehehe komm ne das ist zu gut aber ich hab doch das ist kochen hier allgemein gezogen ne das ist schon ok aber ne das ist schon ok aber oh killer bitte nicht ne so wenn wird nochmal aufge... ich will jetzt doch gar nicht mehr ganz ehrlich ich werd abgefarmt ja nick da sind fehlende punkte zweck ja nick hast du schlüssel dabei ne ne ja aber ich hab ja dieses park und lass dich schneller weggehen kann und noch ich bin immer da da bin ich noch also immer kurz den haken bin ich fast fertig nur die haken sind mir viel zu nah dran dann die... oder... keine ahnung irgendwie ist das fies das machen wir dann nicht negativ vier und ne gemeldet die chancen sind noch da haaa wenigstens kein diepip mit ihrem ganzen selbstversuch jaaa immerhin kein diepip du ich... ich hab sechs versuch ja da war der keller ne da kann die auch sein jaaa aber... der keller kann die luke sein ja klar ja in diesem keller überall wo unten ist ok alles was unten ist kann wird sein hab übrigens herausgefunden dass man auch sehen kann bevor man wenn man in das gebäude reinläuft ob dann äh gen drin ist oder nicht ja wie das denn ja wenn man... wenn die Lampe an ist dann heißt ja entweder gen ist fertig oder da ist keiner drin Läu wenn die... wenn die nicht an ist beziehungsweise so ähm an aus so mäßig dann ist dann gen drin der noch nicht fertig ist Läu Läu jaaa ich achte da auch nie drauf aber ja ja der kann studiert ja weiß ja nichts davon ja stimmt alter krass ach ja nek hat studium gemacht ne ja Lack ich würd mich jetzt an deiner Stelle einfach verstecken jetzt mal Janik hmmmm oder die Slack doch nicht den brauchst du auch gar nicht retten der ist fies aber zu Lidi brauchst du nicht retten Janik ja doch aber zum Mitarbeiter sind Ehrenmänner ja aber nicht der der hab ich einfach abgefarmt er macht ja nix von du hast Ehre trotzdem wo ist die Luke 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 oh das ist die Luke oh oh Killer sieht auch die Luke die hat nicht gesehen die hat nicht gesehen die hat nicht nicht gesehen geil aber die rechnen jetzt nach die gucken jetzt da hin was geht ab ja der nach Scheiße den 1 und 1 zusammengezählt äh ne bei rum auch scheiße du keller mit der rechnen kann na sofern man bei blutige Spiele mag ist No More Heroes der wahre herde die Bosskämpfe sind immer anstrengend und selten die die Bär vor allem auch noch wirklich viele Bosse ja du jeden das seine jeden das seine ich gönne jeden die Plattform auf die man sich am meisten siegt schauen wir mal ob der ob er schlau oder blöd ist der ist der ist schlau der ist ähm ja er kommt äckste da fliegen die Äxte die kann nix ah ich ist keinen Axt aus dem Fenster geworfen die will zwischen die holt die die verfolgt den anderen mhm aber da darf ja noch boah Schlucker fällt wieder an geil 10 Minuten Schlucker liegt am Boden die weiß auf jeden Fall wo die Luke ist ja deswegen die hat selbstversorger dabei äh es gab früher einen Boss da musste man einen riesen äh äh mit 24 oder mit dem anderen das andere und wachsam krass dass sie sich wieder selbst aufhelfen können also was ich vorhin Nintendo zum Beispiel immer gefragt habe war die Star Fox Reihe die hab ich echt gerne gespielt ja ich sehs ich hab verwandt jetzt gehts zurück ja die kämpft an der Luke ja hängt aber dass du raus bist Amazoleli, hängt am Haken, ja, ja, ja. Gut, dass du dir das in der Villa dabei hast. Nerv, du. Ich bin ganz ehrlich, Sianek, ne? Einfach nicht wirklich. Meine einzige Chance ist, dass ein Killer ein bisschen doof ist und mich schlägt am Ende. Also letzten Teil habe ich noch nicht gespielt. Weil die Luke da ist. Den habe ich leider noch nicht gespielt, den letzten Teil. Ja, aber die ist halt näher an der Luke dran, ne? Naja. Ich brauchte die Reihe halt echt gerne. Ich würde das auch nicht weggehen. Also ich würde jetzt an deiner Stelle zum Haus laufen. Weil jetzt oder nie. Ganz ehrlich. Renn hin, renn hin. Geh zu Luke. Zu spät. Zu spät. Wie geht ihr jetzt auch? Und? Ja! Doch, da hat er einen Teil. Oh, geil. Dass du schlägt und deswegen so lange nachladen. nach so lange warten musst. Perfekt getimed. Ich bin geil. Geil. Ja, die ist einfach geil. Wie so gut bin ich Rang 6. Das war ja geiles. Oh, Minus. Juhu. Noch ein ganz bisschen. Es hat ein Ding noch gefehlt, dann hätte ich einen Pip bekommen. Dann wäre ich Rang 5 gewesen. Ah, schwierig. Tschüss. Das ist so far from a game. Was du sagen? Es ist nichts, aber heart-wrecking und dedication. Quit complaining. Look at my life. Ich will mein Herz. Ich bin ich pain. Das ist so far from